So, hallo und herzlich willkommen hier bei den Titelsches von Mars und heute im Stream zwar alleine, denn der Philipp ist heute nicht dabei. Wir spielen gleich erstmal eine Runde Champion Hill einzeln. Ich gucke mir das gleich mal an, bevor wir jetzt erstmal starten. Erstmal die Brille aufsetzen. Danke. Neun! Alter, leg mir im Arsch! Ja. Alter! Wow. Nur dezent am ruckeln, Alter. Mann! Ja. Fangen wir nochmal neu an. Ich kann so nicht spielen. Das ist nicht möglich. Ne. Dann nochmal letzter Versuch. Dieses Symbol da links, das stört mich. So, jetzt aber rein hier. Konzentration. Leck mir im Arsch! Alter! Ah! Alter! Wuhu! Ja! Ey! Willst du dich verarschen oder was? Was? Ich will den Finischen... Ahahaha! Jawoll! What the fuck, Alter? Ey! 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 Fazit ist, ich kann ohne den Film nicht spielen. Und Scheiß!